jedenfalls habe mir beutags der reichen an und secker es gibt von hier so ein trampelpfad nicht da korrekt wird euch den an versucht nicht in den hinterhalt zu laufen und achten darauf ob ihn jemand verlassen hat an den seiten mache ich sie sind auf alle fälle von hier dort drüben langgegangen man kann dort noch die rauchfahne erkennen und höchstwahrscheinlich sind sie geflohen so wie sie hier liegen nichtsdestotrotz ach die piraten meint ihr ja gerade die kammer gerade sind verschlagene bastarde achtet darauf es könnte eine falle sein da ist also einige von denen sind hier schon auf der insel und die die wir mit den schiffen gesehen haben sind nur verstärkung vermutlich ist es genauso wie die drachentöter und die du als gist ihrer transport insofern kann hast was ich wohl glücklich schätzen dass auch sie wenige sehsoldaten an bord haben werden ebenso bedeutet dies sollten wir erfolgreich zurückkehren können wir einen langer frist hier gut aber wir sollten uns jetzt nicht über wenn und aber es auseinandersetzen sondern du sollst dir die leiche ansehen was kannst du mir sagen ja ich guck mir die leiche mal an was sehe ich denn die piraten wurden wohl auch in den rücken gestochen haben keine einschusswunden die könnte nicht erkennen aber sie wurden wohl nachdem sie tot waren schon geköpft und ihre köpfe einfach dort liegen gelassen das waren keine maus kann die das getan haben sind schwerer kein nachtwinde ein nachtwinde ist ein schwert aber mir nun ja als eine andere art von schwerticht war der unterschied ist akademisch sieht hier diese klingen führung ja marschieren wir jetzt weiter oder wir warten auf den korn schafter ist es interessant dass es kein nachtwinde raum gut naja vielleicht war es auch die prioriten und die hätten ihnen aber vermutlich nicht die köpfe abgeschlagen mittlerweile hat er in der reihe zu verstehen ich halte es auch so wahrscheinlich dass sie was das band strahler waren die diese leichte tüter und diese menschen die tüter und die köpfe mitgenommen ich weiß nicht vor 1 wegen doch da ja sieht doch dort sind sie ja da es ging nur darum sie zu töten ja aber sie hätten sie nicht auf grausamste weise getötet und verstehe haben sie ja nicht ich bin auch dafür dass wir nicht auf den kundschaft erwarten sondern trotzdem vorangehen wir haben wir sind um einiges langsamer als sie sie sind hier flink unterwegs und irgendwas ist können sie uns erreichen aber ja dann hat doch erfahrung mit maraska nicht wahr wenn er es sagt und es ist ja gewissermaßen seine eine größte bestrebung dieses schwer zu finden und wenn er für warten ist dann sollten wir warten wir können die sache richtig machen oder wir können sie schnell machen der sonn marschall gesetzt sich zu euch und ihr könnt sehen wie er wohl ebenso abkniet die leichen untersucht ich weiß dass es hier irgendwo grabhügel geben muss sicherlich im süden der insel wo wir angelandet sind meint ihr dass diese grabhügel für den ersten sonn marschall benutzt worden sind sollte sich hier bereits ein grab befunden haben oder man als angelegt haben wäre dies sicherlich ein geeigneter ort um die unliebsamen reliquien verschwinden zu lassen wir tun ist ein guter ansatzpunkt für unsere erste untersuchung ja ich habe sie selbst nie gesucht oder ich habe nur von berichten gehört dass es hier wohl solche anlagen gibt werden diese grabhügel nicht instand gehalten meines wissens nicht jandraskar ist war einmal eine kolonie der der mittelreicher zu retus zeiten aber wurde schnell wieder aufgegeben nachdem tuzak befreit wurde und ob die priester kaiser oder ihre nachkommen aus chillaskar hier für ordnung gesorgt haben seht euch die insel noch an zivilisation kann man hier nicht erkennen das würde man hier dinge ablegen die man für immer vergessen will exakt das aber auch nicht die männer hinter uns vergessen wenn wir jedes mal warten bis der kundschaft zurück ist das werden die nicht tun sie bekommt verstärkung verstärkung die zeit rennt ihr habt recht ja und wenn wir uns finden wenn wir mit 50 mann durch die dschungel marschieren vermutlich sind sie schon an land aber nun gut der weg ist ja immerhin ersichtlich hatte die augen offen folgen wir dem trampelfahrt vielleicht wussten die piraten mehr ja dies tun wir wir haben fuchsäcker auch ihnen lang geschickt also wird sie auf dem rückweg auf uns treffen dann ist hoffentlich immer noch notfalls durch die anwesenheit ihrer leiche vor einem hinterhalt warnen können ihr blickt noch mal auf die leichten vor sich wie gesagt ich werde euch nicht unterstützen sollte es gegen bandstrahler ziehen wenn sie hier in ihrem heiligen zorn jemanden erschlagen haben der vor dem recht geflohen ist verstanden ich erwarte nichts mehr von euch als dass ihr nicht im weg steht gut dann los ihr könnt dem trampelfahrt folgen mal mehr mal weniger zugänglich ungefähr nach einer halben stunde trefft ihr wieder auf die speer die wieder zurückgeblieben sind es ist der maraskana der hier sitzt und wartet wo ich so ein bisschen entgegen gekommen ist und dann aber wenn ihr euch sieht stehen bleibt ich wollte gerade meldungen machen bruder schwester wir gehen abwechselnd versetzt ich würde dann wieder aufschließen zu fuchsäcker und euch holen aber es geht wohl noch einige weit einige zeit weiter wir haben nichts weiter gefunden außer blut die spuren halten sich auf dem fahrt sie bleiben auf dem fahrt vor kurzem benutzt dann marschieren wir dann marschieren wir ich laufe davor so geht es das ist das team können wir ihnen keine gefallen hier lassen es dauert so lange sie zu bauen und das macht ihn auch keine angst vermutlich ihr kennt die insel besser als ich wenn ihr irgendwas seht dann vielleicht ja und ich bin keine hier ist ja alles giftig und schmutzig ich bin kein fallen schneller die methode war mir schon immer zuwider schaut ob wir nicht mit dem sonnen marschall diese band strahler überzeugt bekommt wenn ich diese schäfer gesehen richtig einschätze bekommen wir viel gesetzt schafft und so geht es weiter es ist unglaublich angestrengt die mücken stechen euch nur beutags wird wieder verschont aber das jagd gras macht ihr schon zu schaffen es war tatsächlich nicht von sumu und hat dich verschont wie sonst jedes andere gras es war tatsächlich im leben auch wenn es eine pflanze war und kein tier die nicht vorhandene sonne brennt dennoch herunter es ist warm alles ist rot und ihr könnt das ein oder andere tier hören mal seht ihr einen affen vor euch keckern einen seltsamen exotischen vogel als würde aves euch auf eurem weg behüten aber dann ist er wieder weg ihr blickt nach oben in den himmel immer noch keine sonne eure beine werden schwer eure ausrüstung ebenso schwerer und schwerer und dann nach einiger zeit könnt ihr wieder den kundschafter vor euch erkennen er dort abgehakt sitzt und seinen finger vor den mund legt leise jetzt wir schauen ihn fragen dann wir haben die tat wir haben den tempel gefunden dort ist etwas im hügel mindestens zehn band strahler die dort auf der tempel ruine stehen ich habe marx fuchs ecker ist noch einmal um die pyramiden geschlichen zwei stück in der mitte gibt es wohl so etwas wie ein ein kanal naja ich denke ja land du und der sonn marschall ihr versucht es mit reden ich mache die mann er bereit falls sie euch angreifen das ist auf alle fälle noch mehr blut sind auf der zweiten pyramide männer auf der zweiten pyramide haben wir keinen gesehen aber blut ist auf alle fälle es wurde gekämpft ich wäre gegen wen ich bleibe in distanz hinter euch und gebe euch rückendeckung falls ihr von der fliehen müssen ortax hat ja zwischen den zwischen der trotzak an wenn sie dich nicht sehen ist die besser für uns so für intuition und tradition ging eine überraschungsangriff gegen einen überraschungsangriff gut gelungen muss man gar nicht als sonderfertigkeiten aufrechnen korrekt du darfst initiative würfeln ok 18 52 hat der behinderung drei sekunden ist es richtig du siehst wie vor dir ein gewaltiges säuretriefendes wesen bricht als würde sie sich nicht an die naturgesetze halten müssen stürmt es durch den wald lautlos wie ein tiger und dann kannst du die ekelhaft rotglühenden augen eines sans erkennen der kurz vor dir verharrt deine widerliche aura analysiert und dann wieder im gebüsch verschwindet kann der von vorne oder von hinten von vorn vom trampel fahrt sand könig dürfen wir jetzt laut sein und schreien kreisformation er unter kreisformation der kreisformation vor allem würde jetzt selber auch mit einem ritual beginnen ja dann spät noch lange atem anhaltende sekunden ins gebüsch hinein und fängt dann auch mit einem seufzer an einer flasche zu entkorken und dann ist er da direkt vor dir sturm angriff schreie nochmal erschrocken auf mit dem vermutlich der halbvollen flasche in der einen hand und werfe mich mit dem gegen weniger weise in meiner eisenhand geklemmten schild wenn ihr ihm entgegen du siehst wie die branche an dich heran rast mit einer infernalen geschwindigkeit und deine golden leuchtende aura die dich beschützt werden gardiano die branche säure triefend taucht nicht in den schild ein aber du merkst wie du einen halben schritt zurück geschoben wirst und dann zimmer ich ihm die schildkante ins gewicht das hier schlag also gescheitert ok mein sturm angriff ist nicht gelungen dementsprechend gäbe es jetzt eine erleichterung für dich nee es gab aber genau es passiert schlag der stimmig freut und habe ich nicht geschafft also geht weiter gut gar nicht erleichtert um acht warum ja klar war auch erschwert um aufmerksamkeit und dingens ich hatte bestimmt erschwert erschwert ich habe drei aktionen und ich bin ein großer gegner nur als hinweis kann ich noch keinen schilden parieren ich ziehe ihn mal an mich ran ja du kannst ihn dann nicht ran ziehen ja er steht direkt vor dir du weißt warum jetzt alle an und zur beigelaufen und haben den kreis gemacht oder ziehst du sie nur dahin weil die stadt weil der kreisformation gemacht und ihr seid einfach stehen geblieben na ja auch nicht ich hatten auch nicht hatten wir nur drei aktionen oder fast wie ist die jemals gerade die lage ihr habt nicht viele aktionen also er ist deswegen ja das ist ja nur kurz vor hart gerade irgendwie großes an und zur beilaufen passiert ja also so alles sehr schnell passiert kann da hätte man diesen gerade dabei diesen kreis zu formieren dann stehen wir jetzt halt so ok bin ich dann im prinzip musst du jetzt ansagen ja ich kann auch bevorziehen okay kann ich meinen trink im prinzip könntest du das tun ja dann werde ich eine aktion aufwenden um ich glaube ich die frau danke einen letzten habe ich noch alles klar dann kannst du den trank trinken aber der ist schon ja dass die nahe ich habe gesagt ich würde noch aus und denken ich weiß nicht wie viel zeit da war und der finger fertig genug gesagt dass drei aktionen das kotze die eigentlich 66 aktionen das ist nicht gewählt was vom gürtel ziehen auf alle fälle du hattest ihn schon in der hand deswegen würde ich drei aktionen ansetzen und dementsprechend würde ich auch jetzt die ganzen drei aktionen veranschlagen mit der misslungen und fingerfertigkeitsprobe okay also ich habe diese runde noch zwei aktionen ja also ich habe keine mehr gerne zur hilfe kommen weil ich habe gerade erst entdeckt wo wir stehen und ich scheine am nächsten dran zu sein ihr stadt wird gerade irgendwie beieinander müssen wir auch nicht hinter die wirfen oder könnte jetzt gern tun ja also dann nehme ich noch eine aus nächster runde war das okay dann der nächste bitte du hast beides mal gezogen gut alles klar dann ist die kampfrunde um der überraschungsangriff mit die und dem sand und wir gehen in die erste richtige kampfrunde du könntest angreifen oder ich habe von unten an portags ich orientiere mich vorhatte ich dann die 17 ich führe gerade eine liturgie aus alles klar dann die nächste die hat das schnell ziehen beide deutsche reicht dann zwei aktionen und ich will den die heißt das portritte nein hier heißt der angriff den ich machen möchte ich glaube ich bin zu und trete ihn an das ist ein da oben an der verschwärter macht um tritt danke ist mir gerade nicht eingefallen ich sehe gerade das jahre noch auf 18 wäre die könnte dann auch gleich noch handeln du hast mich überspringen 19 ja aber du nicht mit initiative geworfen da das gut dann mache ich weiter mit jahre 18 ja eine aktion trinke ich entrank und werde dann die anderen beiden die einem schick paraden als zwei aktionen für das berühren aufheben okay dann habe ich denke ich habe mein webel noch nicht getreu ich will mein webel ziehen und auf den plan zu laufen okay dann in aktionen schwert ziehen und aktion position dann jemand das ich habe geworfen ist mir nicht gelungen der angriff deswegen habe ich eine gewandtheit geworfen auf dem bein zu bleiben aber damit sind meine zwei aktionen für diese kampfrunde weg ja darf ich dich passieren bei sind nicht beim sturm tritt sicher ziemlich sicher ist das nicht so was wie ein sturm angriff nur für das ist so was wie ein sturm angriff aber da steht die extra regel mit dem passierschlag nicht bei okay aber weißt du was ich weiß nicht trotzdem ich habe drei aktion er kann ja parieren und dann machen schaden machen ja das sagst du wenn ich noch aktionen jetzt ja genau du hast eben keine mehr deswegen habe ich gesagt ich weiß ich benutze einfach in der reaktion ja dann nach diamant ist du bist fertig 30 zu lang ich greife zweimal an und hebe eine parade auf dann ziehe ich erst mal vor und branke zweimal nach jahren ja muss den werde ich zwar operieren wenn es denn so ist ja ich weiß nicht was heute los ist es nur ein sand eine parade muss ich trotzdem schaffen ach ja das geht auf die 20 der meister fahrer dann sagen kann da egal ein kannst du nicht weil du also auch so doch wenn du das war nur eine aktion hast du waffen meister für schild deswegen deswegen hat jemand das recht ich dürfte nicht auf beiden eine meister parade ansagen aber da hier wusste dass ich nur eine brauche dann darf zu lange zweimal attackieren achter wuchtschlag es muss jungen das heißt ich nehme eine vierer erschwernis mit in den nächsten angriff und nach noch eine vierer ansage das ist gelungen wuchtschlag 4 das sind 15 15 raja ok und ich kann ja frei umwandeln und er ist mit seinen aktionen durch also mache ich jetzt noch mal nach der wuchtschlag korrekt sind zwölf tp das sind 18 ja ich hatte ich hatte gerade die 15 aufgabe umgerechnet muss man schutz einmal 18 18 und der letzte angriff alles klar dann nächste aktion der zahn zieht vor und er läuft weg glaube er kriegt nicht mal ein passierschlag daher hast richtig er bekommt kein passierschlag dann ist alles wieder still das einzige was passiert ist die vögel sind leise und die affen kecker nicht mehr und dann war das für ein denken dann okay wie gehen wir jetzt vor ausstellungen zweier reihe immer einer links einer rechts hatte die augen offen und die schilder oben der mann vorwärts könnte sehen wir auf ihm seine liturgie abgeschlossen hat was hast du gewirkt ja rafim hätte sie in die mitte seiner trollzucker gestellt sich selber immer wieder über den arm geschnitten und auch dem ein oder anderen trollzucker den dolch über den rücken gezogen kur heute ist wieder deine zeit die zeit für dein fell lass sie es sehen lass sie es fürchten und lass sie lernen dass wir nicht knäen ich wirke das schwarze feld durchs rote blut und trinke danach meine und verwutbarkeits elixier hinterher das mache ich auch ja ich auch und ich glaube ich trinke den heiltrank weil ich habe am meisten schaden durch das jagdgras gekriegt wird wohl zeit und verwutbarkeits elixier wird bei mir ebenfalls runter gekippt so dann können wir schon mal positionieren und zwar benutzen wir die gleichen initiativen aber jeder kann sich selbst positionieren zu haben irgendwo auf der 30 diamantes aber mir wer hat heute noch gesagt ach in die 20 kriegst du doch wohl hin ja ich ich habe auch an dich geglaubt ja du trägst ja auch keine rüstung der pfeife die 20 ist für mich rechnerisch auch mal sechs möglich und auch damals auch so den zand rote legion kam auch gerade ich habe gar nicht darüber nachgedacht wie vorteil hast es ist dass die vier mich angreifen müssen und kass bei diamantes würde sonst noch mit reaktion zerfleischen ja bin ich voll bei mir was muss ich für die trollzucker würfe ich weiß gar nicht was ich finde ich habe ich einfach mal gesagt ich würde sagen sowas wie eine stadt in die von 16 19 warum sieht die kam und gar nicht aus es hätte er schon eine frühschicht mit obelix hinter sich immer so aus das macht ja ich bin kaffeekräpfchen auf der 17 wird uns gleich noch wussten sich durch seine taktik richtig ich weiß nicht kann ich taktik wirken werden wir jetzt darum stehen können wir schon mal angegriffen vor ja könnt ihr auf alle fälle machen das ist auch das tolle an dem mini brett dass ich einfach nur weiter ziehen müsste und ich mir nicht so mit dem kugelschrauber notiere okay ich wirke eine kriegskunst elf punkte habe ich über ja wir sind fünf leute das heißt jeder kriegt zwei punkte einer kriegt drei genau ich würde jalan die drei geben dann ist auf der 21 also alle außer ich kriege die und dann soll drei wenn ihr euch in truppen organisiert habt aufstellung habt nehmen lassen steht immer noch auf einem mittlerweile sehr leisen aber düsteren trampel fahrt und der heimlichkeit ist sowieso hinaus ist auf der anderen mann kompanie marsch und auch jetzt geht es dann gleich sind wir sind wir alle vorne und da sind wir in der mitte wo wollt ihr sagen was wird von der front gesagt ich soll mich ich muss scheinbar ich muss eigentlich vorne stehen oder wir fühlen von der front um helfen wir dem armen mal aus als nur schlimmer zu machen ja ich stelle mich dann hier auch an die flanke linke seite flanke zu lamin rechte flanke diamantes voltax in der mitte und unsere beiden anführer nach vorne und trug vergesse mit tracht mich wo war ich doch nach der frau kann er ist auf dem schiff der passt nicht meine sachen auf den dürfen hast du hast versucht kann das leben zu retten indem man auf dem schiff lässt man sagt gar nicht ist der erste troll sack von den kurga den ihr getroffen habt krank pflanzen ragen über den gepflasterten weg der sich vor euch aufbaut immer wieder müsst ihr aufpassen nicht zu stürzen wenn sie sich wie fallstrecke an eurem fuß verhaken das wasser vor euch in den becken und in den kanälen ist faul und ein odeur der sich davon nach oben ergießt euch flutet eindrücke sinneseindrücke und das blut was ihr sehen könnt die leichen seht ihr nicht aber so viel blut der fluss in den kanälen steht still nur hier und da eine leichte strömung aus unbekannten tiefen kleiner hügel der sich im norden von euch auftut und näher kommen überweist er sich als überwucherte ruine ein dutzend eingestürzte uralter bauten allesamt überwuchert über die beiden höchsten im norden und im westen von euch steile treppen die zig meter nach oben führen fast in den himmel in den sonnenlosen himmel einige terrassen die an den seiten der pyramiden wegführen und ihr könnt auf der größeren bandstrahler kennen die dort mit schwert und schild postiert haben sie starren euch finster entgegen als ihr aus dem urwald aus dem dschungel herantretet streiter preuers fürchtet nicht rettung ist nahe ihr seid ebenso des todes dies ist gebiet des wahres der ordnung oder anja verschwindet wenn du kurian von zorgan ebenso oder anja dann nehmt die befehle des winter kalt an protege des war aus der ordnung wieder lauten verteidigen des tempels gegen all die gottlosen und ihr für tollsacker bei euch gottlos marschall möchte die ein zwei worte an sie rechten warum sind sie dort in aufstellung und wo kommt das ganze blut her angesichts des zand themen werden sie schon einen angriff bewältigt haben von was von piraten das kommt er doch selbst nicht nachdem wir die toten piraten gefunden haben habe ich so eine vermutung wo das blut herkommt nun wenn sie es waren die diese piraten auf diese bestialische weise getötet haben dann muss ich doch sehr an der sache mit der ordnung zweifeln ich bin praewin von orckenfeld sonn marschall und ihr seid bandstrahler mir nicht verpflichtet doch gebietet meinen befehl tretet beiseite und lasst uns in die pyramide vortreten auf das wir ihre geheimnisse entschlüsseln ganz richtig marschall ihr seid der sonnen legion zugehörig nicht jedoch dem bandstrahl verschwindet ebenso der ordo arania gebietet hier nicht ihr verzeiht uns dennoch unsere befehle binden uns die kamort gerade naht ihr könnt an unserer seite leben oder allein sterben die sind längst hier bürscher ja 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 ja